Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr seht wie immer am Anfang das Optionfenster. Ihr seht auch, dass hier nur vier Leute stehen von den... Ne, es steht... Oh, Kevin ist wieder drin, aber das ist nicht im TS. Nein, der ist nicht wieder drin. Der steht nur da, weil er nicht im Spiel ist und Timeout hatte. Ach komm, jetzt habe ich das Kaufen vergessen. Das kannst du doch keinem erzählen. Ah, Mann, ne. Sprengt eine gegnerische Einheit. Das macht Schaden. Kusen, Schaden. W ist irgendwen helfen und E ist Fernkampf. Also, auf geht's. Mehr drinne. Ah, da ist der Kevin auch wieder. Und bei den Gegnern ist jemand AFK, wenn ich das richtig gesehen habe. Hey, dann ist ja gut, weil ich bin wahrscheinlich auch AFK. Hey, aber ich kommentiere mit. Ihr seid alle super. Ja. Ja. Wieso kommst du denn ins Spiel rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht vorherrscht. Du hattest aber auch gar hier in Timeout. Äh, ich habe mein Kopfhörter untergefahren. Echt? Jaaaa. Ach, komm schon. Also, ich habe übrigens mit Corby getauscht, das erklärt, warum der so schlecht ist. Was haut er ab? Evelyn. Ich wollte jetzt ganz viel bösen, bösen Schaden. Also, ich kann nicht mal mehr LOL öffnen. Oh, doch, jetzt. LOL, Evelyn ist auch AFK. Subi, das wäre ein einfaches Spiel. Ein schnelles Spiel. Drei gegen vier. Äh, jip. Report erst mal Morton, Timeout und dann Evelyn, oder? Yo. Dann Mundo. Mundo, Mundo. Mundo, Mundo. So, ich, äh, hintern. Ich muss ja jetzt hier korrekt sein. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, Ersche, weil der will ja die ganze Erziehung. Welche Erziehung? Die von bestimmten Wirtschaftslehrerinnen. Also, okay. So, in Sachen, äh, Verhaltensregeln und so nicht. Nicht sterben. Ach, okay. Oder will uns unsere Wirtschaftslehrerin halt echt Verhaltensregeln beibringen? In der Oberstufe. Oberstufe? Was ist denn so? Kann man das essen? Nein! Oh, hallo! Wieso musste ich sterben? Er musste sterben, für alle. Mhm. Dieses Ziel zu Rackerskollern ist ein Drittel des Teams tot. Oh, so Rackerskollern. Ach so, äh, Kevin schreibt mir grad, ich bin doch AFK, kackloll, ich bin rage. Okay. Und das auch schon raus. Heel, heel, ha, ha. Du Penner, Mann. Du Penner, Mann. Hauptsache, Flash machen, um einen Kill zu holen. NP und so. LOL. Die machen voll viel Schaden. Find das nicht nett. Fuck. Nein, ich bin tot. Nicht gut. Oh, jetzt hab ich Ruhe. Jetzt kannst du Alters kaufen. Los. Also, ich muss erstmal Laufstiefel kaufen. Hier wird noch cool da. Was brauch ich denn? Fähigkeitsstärke? Leute, Schuhe mit Fähigkeitsstärke oder was? Nein, mit Fähigkeitsstärke? Gibt's gar nicht. Einfach die normalen Schuhe. Go, setz den Skill Nummer 1. Dann günstig's Wutklinge. Äh, ja, genau. Da ist der Zauberstab dabei. Wie Spitzhacke. Oder noch 1,2 Heerports. Genau das passt. So viele wie ich habe mir halt. No, ich kann mir ja im Prinzip... Ach so, ich kann nur 5 gleichzeitig haben. Hier stehen unsere Leute, die beide AFK sind. Und das ist irgendwie recht langsam. Ach ja. Einfach mal im Chat posten, obwohl es gar nicht bringt. Aber die trauen sich auch nicht näher. Stehen da alle im Turm und trauen sich nicht an. Wow, macht der voll viel Schaden. Was? Ist ja Wahnsinn. Die Leute haben den falschen Skill gestillt. Hey! Der ist zurück im Spiel. Hey, lol, du hast echt gesagt, dass die Kevin reporten sollen. Wow, gerade noch gerettet, ey. Ich hätte dich auch geilen können, wenn du mal was sagen würdest. Oh, bitteschön. Da hat ja viel gebracht. Ja? Ach ja, Mann, ist das langweilig. Was kann eigentlich meine Ulti? Ich bin das letzte Einruf. Ach so, stimmt. Du bist das letzte Einruf. Fuck, ja? Vielleicht bin ich echt das letzte. Du warst das letzte. So. Wow, die spielt überhaupt nicht aggressiv und so. Ach, scheiße. Ja, fail, ulti. Ja, meine ist auch fail gewesen, weil der Gegner schon tot war, als ich da eingesetzt habe. Wie heißen die? Evelyn Beck. Oh, jetzt habe ich es nicht an alle gesendet, ich. Denk mal, das haben wir schon mitbekommen, dass die wieder da ist. Ja, aber nur so wegen reporten und so. Weißt du, blinde Wut und so. Kennste. Außerdem so jemand wie ich bekommt sowas nicht mit. Na ja, du kannst... Ich weiß nicht, ich glaube, es hofft jeder, dass er einzigartig ist. Also, Heels kann es auch gerne benutzen, Jonathan. Dein Heel. Mein Heel-Pod? Ja, tu ich ab und zu. Nein, nein, dein Skill. Dein Heelskill. Ja, weiß ich doch. Tu ich ab und zu auch. Soweit halt wieder ready ist. Also, Soraka macht schon Spaß. Das stimmt schon. Ja, aber KS'n kann man damit richtig gut, finde ich, sehen. Gell? Vier von fünf Kills hier gemacht in dem Spiel. Ja, alle KS. Egal. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, bitteschön. Also, es gibt doch einige... ...gutes... Hmm... Loll, Lack. Okay. Lass mal ein bisschen Mana. Lippt gleich wieder. Loll, das wäre bei mir sinnvoll auch. Oh, okay. Oh, okay. Bringt den um. Jawoll. Loll, bringt doch nicht mich um. Ich war tot. Mann. Bringt die mich einfach rum, die Grottel. Was soll ich mir nach dieser komischen Wutklingel kaufen? Du brauchst Schaden und Fähigkeitsstärke, oder? Nein, du brauchst Geschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit und Ability Power. Stärke der Dreieinigkeit. Stärke der Dreieinigkeit, ist das was Gutes? Oh, wie heißt das Teil? Ähm... Hextech, Gunblade. Nein, ja, das kannst du dir holen. Und dann noch die Erweiterung von Stinger. Ich weiß überhaupt nicht, wie das auf deutsch heißt. In den Kampf! In den Kampf! Ich bin der Verkäufer und stehe nur am Anfang rum, Mama. Sag immer alles doch in den Kampf und mach selber nix. Boah, das wird vielleicht ein langes Spiel, du. Neun Minuten und der erste Tower steht immer noch. Loll. Loll! Komm, ich sag Bescheid, wenn du unverwundbar bist. Ist Evelyn in IFK oder so? Ab und zu immer wieder, ja. Toll. Loll, lol, jetzt hab ich 5 Assists. Jut, jut! Äh, komm, 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 komm. Ja. Was schon? Wir gehen mal gleich alle drauf. Äh, wieso? Weil die uns umbringen. Einer ist immer AFK, da habe ich mich grad noch schützen, denn da ist Weg gestellt. Mh, du weißt, dass das auch weitergeht, wenn jemand im Weg steht. Echt? Ja. 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 Noll, bei mir leckt das grad. Hu, da, 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 da. Na, ok, das war jetzt ne, sinnloser und die Verschwendung. Ja, mach doch mal irgendwas, mach doch mal ein bisschen Schaden an denen. Ja, wie denn? Und auch grad mal überlegen, wie. Lol, hab die mich festgehalten. Lol, ich überlebe's noch. Hab mal nice. Nein. Ach komm. Oh Gott, Alter, die ist so OP, die Ulti. Ja. Das sehe ich auch so. Ach, bin ich jetzt der letzte Überlebende oder was hier? Ja, losgreifend. Ja, geil, war mit dem Leben. Klar. Ja, sie ist so tot. So gute Ratgeber, du. Ja, aber kein Problem, mach ich gerne. Ach, ja, 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 was würden das für ne langweilige Aufnahme hier? Und ich hier euch gleich mal ein bisschen verfeuert. Ach so, bin ich schon wieder da. Und der Mord vom Timer, der wird nachher reported. Trolli und Trolli la. Der kriegt jeden Autoreport, wenn er ein ganzes Spiel nur am Sporn steht, oder? Lol. Da war ne Falle drin. Was soll denn der Scheiß? Okay, so Rack ist geil, weil ich dachte. Ja, sie ist ja mal, Corby, gut, dass du mit mir getauscht hast. Dadurch hat er aber nicht so Rack bekommen. Egal. Echt? Jo, ich hab danach mit nem anderen Typen getauscht, ja. Ja, aber der hätte nicht mit dir getauscht, wenn er nicht mir Kay... Boah, hör mal auf, wir uns in die Pilze reinzulaufen. Welche Pilze? Das ist der Aussage. Die, in die ich die ganze Zeit lauf. Ach so, okay. Lol, bei mir leckt er es total. Alter, noch ne OP heute hier. Nein, hat er die schon wieder ready gehabt? Ach nee. Boah, Alter, Udi, doch kein Heal, wenn du volles Leben hast. Das war aus Versehen. Das war nicht meine Absicht. Aber wie gesagt, ich hab grad ziemliche Lacks schon die ganze Zeit. Lol, da hatten sie mich plötzlich ausgelöscht. Oje, 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 was wird das für ein Spiel hier? Boah, ich mag Tanks viel lieber. Da kann man länger... Wer wollte vorher noch Kayle haben? Ja, pff, das andere war ja mit der Schwierigkeit 3000. Das kann ich ja noch weniger. Na, aber Tanks ist ein Geiler, da kann es einfach mal eine Minute playen. Aufka rumstehen und dann erst reagieren und wegrennen. Sehr nice, 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 da unten. Ja, Q ist ja nicht kein Beschleunigungs-Skill wie bei Karin. Q macht ja Schaden, vielleicht sollte ich Q ab und zu mal einsetzen, nicht? Boah, gut, dass ich Kai-Skill. Einmal du mal bitte, Kevin. Äh, Jonathan. Kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich grad schon, äh, Alain-Dingster-Boomster geheilt hab. Suizid wird treffen so. foiizid wird Zeit, ja. Ich hab mal logisch. Wie? Mein Ult hat nicht getroffen. Warte, ich bin verlangsamt. Nein, jetzt trifft ihn mich, das kann ja garnicht wahr sein, ey! Da trifft die mich! Siegerb Schaden! Haividades wissen! Ich hab ja auch noch lauter Heal-Pods. die Heilung ist aber schon richtig okay und so ja ja wie wer war das nochmal gleich Rudi einfach komplett runter und dann nochmal hoch hallo ja erstmal KS hier nicht ja ja erstmal KS